Alles gut, alles gut, alles gut. Oh ey, was geht ab, wir kommen hier. Die wir am Start. Ich mach hier mal einen Raichu-Rate. Mal nur das. Schau doch mal, ob ich da noch ein Glück bekomme. Sonst kann man ja nicht Glück fahren. Nicht glüften, gar nichts. Nur die Grades kann man nicht bekommen. Ihr seht, wir haben unsere Spielernamen geändert. TVT lebt. Nicht wirklich, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Supersaftik war schon natürlich nicht mehr da. Aber dann mit diesem ganzen XX Supersaftik XX oder so entspannen, hab ich keine Lust drauf. Ja, das Gute ist eigentlich auch, jetzt haben wir unser eigenes Team. Ja. Ich hoffe, das kommt dort auch rein. Ich muss euch dann noch was zeigen, zwecks Alola Raichu. Das ist sehr interessant. Aber erstmal... Wer ist dann auch jemand, der hat von der Chicago? Hahaha! Hast du das gemacht? Ich glaube 21. Gott, das ist ja schlecht! 1,1,190. Schnell, 190. Könnt ihr nicht ertauschen. Vielleicht kommt da was los. Vielleicht kommt da was los. Luxburg kommt man das auch noch nicht. Bist du tauschen können? Ich muss den erstmal fangen bevor er tauschen kann. Aber in der Zwischenzeit zeige ich euch was sehr interessantes. Alola Form in Shiny wird angezeigt, dass ich den habe. Obwohl das natürlich nicht sein kann. Sehr komischer Fehler von 90. Den haben noch nicht alle bemerkt. Okay, tauschen wir uns wieder ganz schön. Jetzt bin ich gespannt. Wir könnten beide schlechter unter 12. Also unter 1200. Ist einer irgendwas mit 90. Ich meine irgendwas mit 80. Also wenn es lucky wird, dann hat es eine höhere Chance besser zu werden. 67 auch. Das ist auch sehr schlecht. Also kann man es eigentlich wegschicken. Ja, jetzt kann man es wegschicken. Jesus. So, ich habe gerade ein Ditto entdeckt und Dimi braucht ihn noch für seine Mew Quest. Schnell zurück. Hoffentlich sind die noch da. Das ist zwar ein... Ich habe einen von denen gefahren. Das heißt, es muss der andere sein. So ist es. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der große ist er. Flurmel. Flurmel, genau. Flurmel. Er hat goldene Berge gewonnen, Leute. Und überbauen. Ja, okay, passt. Wo ist es denn, Ditto überhaupt? Oh mein Gott. Das war der falsche. Ich glaube, der ist schon weg. Das war... Wir sind zu weit hinten. Der war neben dem anderen. Ah, der Tod, Mann. Leitzmann ist doch echt schlecht. So, oder? In dem ist es echt schlecht, Mann. Das ist doch mal echt schnell der Deck tot. Naja, du kannst halt... Also ich habe jetzt noch kein gutes gesehen. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Es schmeckt nach Oliven, aber es schmeckt gut. Ah ja? Ja. Also wir haben uns jeweils drei Kugeln gegönnt. Eine Kugel 61 oder so. Puh. Aber es lohnt sich für den Preis. Und dann durften wir was probieren. Wir haben natürlich das Verrückteste probiert. Süße Oliven. Klingt interessant. Ja. Also schauen wir mal. Oh, okay. Das ist echt interessant. Die Oliven schmeckt... Also wie gesagt, sie sticht sehr gut raus. Aber ich finde sie sehr, sehr gut. Ja. Hat mehrlich. Schmeckt echt gut. Ja. Aber sowas habe ich noch nie in der Kombination gegessen. Deswegen... Deswegen mussten wir den mal probieren. So ist es. Was hast du da raus gesehen? Stein wegen Feuer. Hast du da raus gesehen? Mach die Garo das vor dem... Äh, vor dem... Witzel raus. Ich kann auch nur da raus sehen. Äh, das war schon. Und die können beide Kaskade erhöht. Okay. Ich mach hier einen Knurker zu zweit. Ich bin gespannt. Schau mal, ob die Mieter schafft. Ja. Ich denke schon. Müsste schon. Ich hab hier meine zwei Kioge... Äh, 198... 96er. Auf Max. Du feuerst eigentlich auch Boden, gut, gell? Wieso? Ja, meine Despotas und meine Garo das sind ja auch alle 98 aufwärts. So setze ich dann nicht meinen Sohn an hier ein. 100. Max. So hässlich. 100. Max. Der wurde nicht ausgewählt. Vielleicht übersehe ich gerade irgendwas. Und die eigentlich jetzt in der Gruppe sind, oder? Beschlossen. Wahrscheinlich. Ja. Ja. So. Wir hatten uns hier nur runtergezogen, Jungs. Oh Mädels. Oh Mädels. Es ist gerade ein gutes Regi-Stil geflohen. Also das Beste, was ich bisher hatte. Das war natürlich kein Wunderter. So. Ja. Wir haben auch Freundschaftswohnzone. Ich denke da. Das sollte da schon machbar sein. Aber natürlich können wir uns auch richtig fair kalkulieren. Ich bin gespannt. Dann waren wir zu übermütig. Hochmut, Komfort im Fall. Richtig. Schauen wir mal. Wie viel Zeit haben wir angefangen? 170. Also 85 ist die Hälfte. Wenn er bei 85 nicht gelb ist, dann tot. Das wird, glaube ich, echt schön kritisch aus. Wow. Ich glaube an uns, Mann. Ich bin gespannt. Okay, hat man gerade uns einfach getötet. Oh mein Gott. Ich glaube, Dimi war doch nicht der richtige Partner. Oh mein Gott. Hat jetzt noch meine Gefühle nicht. Oh mein Gott. Das wird echt knapp, Mann. Oh mein Gott. Okay, es wird echt böse knapp. Alles wegen ihm, Mann. Alles wegen ihm, Mann. Oh mein Gott, wir schaffen es nicht, Mann. Wir sind im Minus. Alter, wir sind... Du hast doch alle hier... Ich schon, du nicht. Oh mein Gott. Okay, meine sind auch ungefähr 3.000, alle. Das ist nicht genug, Mann. Was soll ich machen? Traurig, Mann. Oh mein Gott. Wir sind tot, Mann. Krass, echt unterschätzt, Mann. Das Leben geht doch gar nicht runter, Mann. Ja. Wir haben jetzt auf Gestein umgewechselt, wegen Wetterbonus. Nimi wird die ganze Zeit angerufen. Nimi wird die ganze Zeit angerufen. Ich meine, jede Sekunde zählt, Mann. Jede Sekunde zählt, Mann. Jede Sekunde zählt. Wir sind... Mein Gott, wir sind ein paar Sekunden hinten. Ich glaube, das wird nichts, Mann. Warte, warte, ey. Okay, wir sind jetzt gelb. Wir sind jetzt... Definitiv unter 90%. Oh, wirklich stark, ja. Schade. Aber trotzdem. Ends cool. Ja, das schon. Sein erstes Lucky Pokemon. Mein erstes Lucky Pokemon. Ja. Das bald ich trotzdem erst mal. Ist ja nicht so häufig eigentlich, gell? Nicht so. Wir haben das Knogger doch noch geschafft. Ja. So ein Mädchen hat uns geholfen. Der hat das schon mit der anderen Gruppe gemacht, aber dann hat sie sich nach oben gelockt. Zum Glück. Ah ja. Knogger nicht zu unterschätzen, Leute. Ja. Sogar zu dritt. Zwei 40er Accounts und ein 36er. Und wir hatten noch 35 Sekunden übrig. Ist jetzt nicht so wenig. Ja. Beide schlechte Knogger. Die haben wir natürlich direkt getauscht, aber auch da leider nichts Interessantes draus geworden. Jetzt tauschen wir noch ein bisschen rum und dann gehen wir essen. Richtig. Richtig saftig gesessen. Das habt ihr eh schon mal gesehen. Das hab ich schon mal gefilmt, wo wir da waren. Da haben mich ganz viele gefragt, wo das ist und so. So. Das war's von uns. Essen war saftig. Das hat irgendwie richtig hart reingehauen. Ich weiß nicht. Aber wir waren danach echt K.O. Obwohl wir gar nicht so viel gegessen haben. Ja. Ich hab noch einen Alola Vulpix gebütet. Das seht ihr hier. Und ja. Das mit dem Alola Raichu. Shiny. Das ist ein komischer Bug. Keine Ahnung, wieso das so angezeigt wird. Schreibt unten in die Kommentare, ob es bei euch auch so ist. Das müsste eigentlich bei jedem so sein. Das Shiny Alola Raichu angezeigt wird. Obwohl wir den natürlich nicht gefangen haben. Und ja. Knogger. Ich hab noch so mit der Hilfe von irgend so einem Mädchen geschafft. Also ja. Zu zweit. Zumindest mit. Ähm. Mit Dimi. Ich hab versucht irgendwas anderes zu sagen. Aber zumindest mit Dimi nicht. Ich denke mit Wetterbonus und einem anderen. Leider 40er vielleicht. Ist es schon machbar. Also ich weiß, dass es machbar. Aber ich hab schon mal gesehen, dass Leute es zu zweit geschafft haben. Aber ja. Ansonsten war es eigentlich auch schon wieder. Ähm. 100 Millionen EP hab ich auch geknackt. An dem Tag. Äh. Durch die. Durch die Tour mit Dimi. Aber ansonsten war es das. Wie immer liken. Subscriben. Kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram. Facebook. Twitter. Check den Shop ab. Neuer Shop. Neue Preise. Vergesst nicht. Pokémon is serious business.